Und es sieht auch noch so verklatscht aus, so verklingelt, weißt du das, Freunde? Wo bist du? Man hat dein Hintern gesehen. Comics, Mona! Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Vlog. Ich beginne den Vlog relativ abrupt, weil wir gerade eine ganz kleine Notsituation haben. Mona hat in den letzten Tagen eine Augenempfindlichkeit irgendwie entwickelt. Und ihr linkes Auge ist total rot geworden. Und sie hat das auch schon auf Instagram so ein bisschen versucht zu erklären. Wir sind jetzt gerade in der Situation, dass sie halt fast nichts mehr sieht. Also schon noch, wenn es halt dunkel ist. Aber sobald Lichteinfall kommt, reagiert sie halt extrem empfindlich und hat Kopfschmerzen und so. Wir haben jetzt als erstes hier Augentropfen bekommen. Und ich habe jetzt gerade versucht, ihr die reinzumachen. Aber das läuft irgendwie nicht ganz so optimal. Wir werden es jetzt aber nochmal probieren. So, schaut euch mal an, wie das Auge aussieht. Ich weiß nicht, ob man das genau erkennen kann. Und er ist total rot und empfindlich. Und da geht es eigentlich. Du schaffst das, komm. Ich mach jetzt erst mal was essen. Auf das rechte Auge auch noch. Ich mach jetzt auf das rechte Auge nichts draus. Guck mal, sie will einfach nicht. Los, Babe, komm. Du bist stark und du schaffst das. Dem rechten Auge geht es super. Trotzdem. Babe. Oder wir machen nochmal aufs linke. Auch okay. Nee. Dann aufs rechte Auge. Sehr gut. Leute, manchmal muss man die Leute zu ihrem Glück zwingen. Das wird helfen, hat die Frau gesagt. Ich weiß, leg dich hin und halt die Kamera. Ich halte die Kamera nicht. Ja, wie soll ich denn die Kamera halten? Ja, weiß doch ich nicht. Halt. Scheiße, ich halte die Kamera nicht. Ich muss mein Auge aufmachen. Halt jetzt. Ey, Junge, ist das dein scheiß Ernst? Ich halte die Kamera nicht. Wie soll ich denn die Kamera halten? Dann tu die Kamera. Du hast doch gesagt, ich soll eine Auge... Wie denn? So, bist du bereit? Nee, bin ich nicht. Doch, du schaffst das. Ach man, ey. Ich hoffe, ich mach das alles so richtig. Aber ich hab das genau gemacht, wie in der Anleitung steht. Ey, rechtest, mach mal auf. Das sieht schon viel besser aus. Ein Real Talk jetzt. Mach mal jetzt das rechte. Los. Fügt sich immer nicht so rein. Komm, Babe, du schaffst das. Wirklich. Die hat voll die Paranoia für so Sachen am Auge, ne? Ich finde, Auge ist so ein ganz... Im physischer Bereich, ne? Wie ihr seht, wir sind auch noch nicht richtig fertig gemacht, ne? Ich fühle mich noch ganz unangenehm. Du schaffst das. Auge auf. Auge auf, da war doch... Das war schon, ich hab's gespürt, ich hab's schon drin gewesen. Nein. Boah, das ist eklig. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Du hast es sehr gut gemacht, okay? Das brennt. Ja, jetzt links, rechts gucken. Auge zu, links, rechts gucken. Ich guck links, rechts. Wirklich? Ich sehe es nämlich nicht. Wie mache ich das denn hin? Nach links nach rechts gucken, während das Auge zu ist. Aber ansonsten ist es echt cool in Berlin. Mensch, okay. Es sind jetzt locker acht Stunden vergangen, seitdem wir unterwegs waren. Und seitdem wir Mone mal das erste Mal die Augentropfen drauf gemacht haben. Und wie ihr seht, Mone sitzt wieder. Das heißt, wir können das Thema hoffentlich in den nächsten zwei Tagen abhaken. Guck mal, der kleine Mann. Du willst auch alles sagen. Entspannend, ich sag jetzt mal Hallo. Hallo, hallo, danke. Wir hoffen, dass wir das Thema in den nächsten zwei Tagen abhaken können, weil wir haben ja noch viel vor hier in Berlin. Also das heißt, in den nächsten zwei Tagen am besten sollte es gleich abgehakt sein nach dem Schlafen. Es ist auf jeden Fall jetzt 19.58 Uhr, also 8 Uhr. Und wir haben den ganzen Tag noch nichts richtiges gegessen, außer die zwei Brötchen, die wir uns geholt haben. Ja, wir müssen halt dazu sagen, wir haben den ganzen Tag halt noch nichts gemacht. Deswegen vloggen wir jetzt erst wieder. Wir lagen wirklich jetzt acht Stunden hier in diesem Bett. Er hat Videos geguckt und sich um mich gekümmert. Ja, ja, Schatzi, du hast auf mich aufgepasst, ganz brav, kleiner Bachhund. Und ich habe wirklich die ganze Zeit die Augen zugehabt und geschlafen. Ja. Und jetzt sieht es schon viel besser aus. Warte, Warte, noch mal. Ich stelle euch mal ganz kurz hier hin. So, und jetzt sieht das Ganze, glaube ich, schon viel besser aus. Guck mal. Ja, so klar, man sieht, es ist noch rot, ne, aber... Und es sieht auch noch so verklatscht aus, so verklingt. Was ist so feiner? Ja, ganz eklig auf jeden Fall. Ganz kurios. Ich weiß, ich finde das Thema Augen ist ein ganz, ganz komischer Bereich, wenn da irgendwas ist. Das Auge ist so empfindlich und gerade ich ja mit meinen Augen, die sind ja sowieso schon total hochgradig vorgeschädigt. Deswegen, ach ja. Aber wir haben uns eben auch wieder gedacht, so hey, guck mal, man kann das natürlich jetzt voller Trauer sehen und so voll ätzend, bla bla bla, aber eigentlich ist es ja jetzt nochmal gut gegangen. Ja, wir fanden das auch jetzt die ganze Zeit voll schade, dass wir jetzt hier acht Stunden im Hotel liegen. Und heute wäre halt ein Tag gewesen, heute ist Sonderstag, wo wir halt nichts vor hatten. Keine Termine. Genau, am Tag, die zwei Tage davor hatten wir Termine, morgen haben wir einen Termin. Und dann dachten wir uns halt so, okay, jetzt können wir heute mal ein bisschen so Freizeit haben. Ist jetzt doof gewesen. Voll denk, nee, keine Freizeit, wir hätten gearbeitet. Ja, also, nee, es ist Freizeit im Sinne, wir hätten Zeit gehabt, selber unseren Tag zu planen. Wir wollten halt den ganzen Tag Fotos machen und rumfahren und so. Das hat jetzt leider nicht geklappt, aber sehen wir es einfach positiv und denken uns, okay, jetzt haben wir einfach mal den ganzen Tag gechillt und nichts getan und uns auch mal ausgeruht. Ja, war jetzt auch nicht schlecht. Ja, jetzt gehen wir aber rüber in die Eastside Mall und was essen. Wir wissen noch nicht was. Und mit dem kleinen Wauzi gehen wir in der Zeit. Genau. Und dann müssen wir es leben. Richtig, richtig gut. Einfach nur 200 Meter. Also wirklich einfach nur die Straße hier rüber und dann sind wir direkt schon an der Mall. Ich glaube, wenn das andersrum stehen würde, könnte man sogar drauf gucken. Ja, ich glaube auch. Das ist richtig, wirklich richtig praktisch. Wir waren oft in den letzten Tagen in der Mall, einfach nur um schnell irgendwas zu holen. Immer nur schnell mal rüber. Ich finde es echt jedes Mal wieder erschreckend, wie viel Kram... Ich wollte sagen, ich finde es immer wieder erschreckend, wie viel Kram auf so Straßen rumliegt. Und weil gerade wenn man einen Hund hat, einem fällt erstmal richtig auf, wie viel Scheiße hier auf den Straßen rumliegt. Wo die Hunde immer dran schnüffeln können. Nein, komm. Das ist echt schrecklich, ey. Ah, wir sind so verrückt manchmal. Also wir sind gerade zusammen ein bisschen Kappel-Time in der Bar gewesen und haben einfach ganz entspannt gemacht. Und sind gerade mit dem Car2Go schon auf dem Weg nach Hause gefahren gewesen, meine ich. Und dann haben wir diesen unfassbar coolen Fotoautomat entdeckt. Und wir haben das einfach noch nie zusammen gemacht. So lange schon zusammen. Und haben es irgendwie noch nie gemacht. Und jetzt haben wir uns gedacht, hier so schwarz-weiß können wir einfach mal machen. Wir haben Gott sei Dank genau 3 Euro gehabt. Genau 3 Euro. Und ja, jetzt würde ich sagen, machen wir das erstmal zusammen mit Juli. So ein kleines Familienpicture, würde ich sagen. Ja, und das machen wir jetzt mal. Schmeiß auch rein das Geld und dann geht's los. Okay, wir haben es jetzt gemacht und müssen ganze 5 Minuten warten. Weil hier drin in der Anleitung steht, das Foto kommt in 5 Minuten. Ja, dann warten wir jetzt 5 Minuten und gucken mal, was da schönes rauskommt. Die Bilder sind auf jeden Fall schwarz-weiß. Was wir hoffen, das erste Foto kam einfach so plötzlich. Ich hab's gar nicht geblattet. Ja, bei uns in der Fotoautomaten steht ja einfach immer, das erste Foto wurde gemacht. In 3, 2, 1, wir haben das Geld reingeworfen und auf einmal kam schon richtig der erste Blitz. Ja, und das Ding ist, das ist halt so richtig oldschool. Also so oldschool, dass das hier nicht mal so eine Anzeige hat, sondern es hat einfach da, bing, einfach Blitz gemacht. Ja, mal gucken, was die Fotos geworden sind. Ja, geil. Ja, über 5 Minuten später und wir warten immer noch, aber in der Zwischenzeit habe ich uns hier in Berlin verewigt. K plus M. Oh nein, das erste ist voll doof. Egal, 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 egal. Oh, wie süß. Oh, guck mal, Juli. Kein Bock. Guck mal, wie ich da gucke. Ich wusste nicht, dass es direkt losgeht. Guck mal, das letzte ist voll perfekt. Oh, das ist echt voll gut. Oh mein Gott, das ist das erste Corona-Roll, was wir in unserem Leben haben. Vor allem so richtig auf oldschool. Das sieht auch richtig oldschool aus. Voll geil finde ich das. Guck mal, mein Auge, voll verklatscht. Geil. Kuss. In Berlin. Berlin, was geht ab? Ja, Mann. Okay, jetzt geht es aber wirklich ab ins Hotel. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind arg im Stress, weil wir heute bei einer YouTube-Veranstaltung sind und tatsächlich wieder zu spät gekommen sind. Passt? Miete, okay. Ja, wir haben ein bisschen Probleme mit Juli gehabt, der wollte irgendwie, also wir sind 3-4 Mal gegangen und der hat einfach immer geweint und so. Und da mussten wir halt immer wieder rein, weil er wirklich nicht aufgehört hat. Und wir haben halt, bisher hat er es immer so gemacht, wir sind aus dem Hotel, also in dem Flur und haben halt wirklich so lange gewartet, bis er nicht mehr geweint hat. Dann hat er wirklich nicht aufgehört. Sind wir immer wieder rein, sind dann nochmal mit ihm runtergegangen und haben so ein bisschen so entspannt gemacht und so. Aber jetzt irgendwann hat es dann doch geklappt und wir sind jetzt auf jeden Fall da und gehen jetzt schnell rein. Wir sitzen wieder im Auto und zwar fahren wir jetzt gerade mal schnell zurück zum, ach Sekunde, bloß kurz, es ist sehr hell, mein Auge ist am explodieren. Wir fahren jetzt nochmal ganz schnell zurück ins Hotel, auf dem Event ist jetzt gerade Mittagspause, anderthalb Stunden lang, glaube ich. Das heißt, ja, alle essen zum Mittag, wir lassen uns aber ausfallen und fahren jetzt schnell zurück zu Juli. Nicht so weit weg vom Hotel, in 5 Minuten sind wir auch jetzt schon da. Dann gehen wir mit ihm raus, geben ihm was zu essen, dann kuscheln wir ein bisschen mit ihm, spielen was mit ihm und ja, nach anderthalb Stunden, dann fahren wir wieder zurück und dann geht es weiter. Ja, aber Stress pur. Aber Stress pur. Ja, aber ich finde halt, also wir hätten natürlich jetzt auch ihn noch länger alleine lassen können, aber er hat das am Dienstag, wann hat er das so gut gemacht? Am Mittwoch? Am Mittwoch hat er das so gut gemacht und wir wollen es halt jetzt nicht überreizen. Muss ja, also wenn es nicht sein muss, dann muss es nicht sein. Also ich fahre jetzt lieber zu unserem kleinen Mann nochmal ins Hotel, als sei es anderthalb Stunden eine Mittagspause zu machen. Also wir essen es manchmal einfach auch den ganzen Tag nichts, weil wir zu viel Stress haben, so dann brauche ich jetzt auch nichts essen. Deswegen fahren wir jetzt schnell zurück zum kleinen Mann und ja, wir spaßen ihn irgendwie nicht. Ja, guck mal wer da ist. Ja, hallo, hallo, hallo. Hallo, du hast das wieder so gut gemacht, so gut gemacht. Kleiner Mann, so gut gemacht. Und jetzt versucht er gerade die ganze Zeit, Mones Apfel zu ergattern. Schatz, gib mal ein Statement, wie geht es deinem Auge? So lala, ist glaube ich die richtige Beschreibung, ne? Ein dicker Haufen. Wie? Ja, Kacke. Ja, aber also vom Rot, vom Rötungsfaktor ist es schon besser geworden, auf jeden Fall, muss ich sagen. Es ist vielleicht einfach noch die Lichtempfindlichkeit, die dir so Probleme macht. Ja, das auf jeden Fall mega. Und dieses Trennen halt, ne? Ja. Ja, aber das wird wieder besser, babe. Auf dem Weg der Besserung. Oh no, Joli, no, ich greif's mir an. Oh no, oh no. Hier greif's mir an. Oh, ich greif's mir an. Oh man, jetzt greif mich doch mal an, du. Ich flau mal so süß angegriffen werden. Du Mama immer angreifst. Greif mich an, ja. Greif mich an. Boah, ist so fasziniert von dem Apfel, ne? Alter, wir haben gerade alles stehen und liegen lassen. Wir waren mitten in der Stadt in Berlin. Wir dachten, wir haben euch verloren. Alter. Ich hab, wir hatten gerade so ein, also wirklich, ich, boah. Leute, wirklich, ich hab gerade fast angefangen zu heulen. Wir haben gerade ernsthaft 15 Minuten gedacht, dass wir diese Kamera hier verloren haben, ne? Und wo liegt sie? In der Bettriss. Ich glaub, das war die letzte Szene, die wir gevloggt haben, ne? Ja. Guckt Leute, wir sind ja vom YouTube Space quasi wieder hierhin zu Juli. Und hier haben wir das letzte Mal gevloggt. Wir fahren ja die ganze Zeit hier in Berlin mit den K2Gos rum. Und wir zwei haben die ganze Zeit gedacht, die letzte Aufnahme wäre die vorletzte gewesen. Also quasi da, wo wir im Auto sitzen und wo ich sage, wir fahren jetzt zurück zu Juli. Da dachten wir, das wäre die letzte Aufnahme gewesen. Und wir dachten, wir hätten jetzt die Kamera im Auto vergessen. Weil sie war hier nirgendwo in meiner Tasche, wo sie die ganze Zeit ist. Sie war nirgendwo, wir haben das ganze Hotelzimmer abgesucht. Sie war hier nirgendwo. Und wir waren halt jetzt gerade draußen und wollten essen gehen. Und Juli hat so, ja, an so einem Wasserspring da so Faxen gemacht. Und sagt so, oh, vlog das, vlog das auf meiner Tasche. Und dann sagst du, die Kamera ist nicht mehr in der Tasche. Ich sag so, dann hab ich sie im Cut2Gos vergessen. Äh, ich weiß nicht. Ich schwöre, Herzenfakt. Egal. Alles gut, wir haben die Kamera. Alles entspannt. Und jetzt geht der Vlog nochmal weiter, okay? Yes. Guten Morgen, Leute. Was geht ab? Boah. Wir sind gestern um 1 Uhr nachts nach Hause gekommen. Ja, an sich gar nicht so spät, ne? Aber bis wir dann im Bett waren. Wir waren nochmal mit Juli. Die Stars, Pipapo. Und danach war es irgendwie 2.30 Uhr. Ja, nach dem Sushi-Essen haben wir ein super, super nettes Pärchen kennengelernt. Ja, beim Sushi-Essen. Beim Sushi-Essen, stimmt. Beim Sushi-Essen. Mit dem wir dann den Abend verbracht haben, ganz spontan. Wir waren dann zusammen auf einem Volksfest hier, einem Rummel bei denen in der Nähe. Und danach dann in einer Bar. Und das war echt mega cool. Hat echt Spaß gemacht auf jeden Fall. Aber dementsprechend waren wir jetzt spät zu Hause. Und jetzt müssen wir uns eigentlich übelst beeilen, weil wir viel zu lange schlafen haben. Aber ich chill halt immer noch im Bett. Weil wir eigentlich um 11 Uhr aus dem Zimmer auschecken mussten. Wir haben jetzt Viertel nach elf. Ja, und haben maximal, also wirklich maximal Zeit bis zum 12. Aber ja, mal gucken, was sich so ergibt. Wir müssen uns auf jeden Fall stressen, weil das ist noch nichts gepackt. Da steht noch alles rum. Da sind die Koffer. Es ist einfach, ja, wie der Typik Kopie und Mone. Alles auf dem letzten Drücker. Ne, babe? Wo bist du? Man hat deinen Hintern gesehen. Hab ich direkt mal rauszensiert. Oh Leute, wir sind so bescheuert. Es ist 20 vor 12 und jetzt war schon jemand hier und fragt so, ey Leute, ich wollte dich nicht mal langsam auschecken. Vor allem, komm, ich stehe dir noch im Boxershort. Alles liegt rum, verwüstet und wie sonst was. Und er sagt einfach, naja, wir müssen nur noch schnell zusammenpacken. Ein paar Minuten, dann sind wir fertig, ne? Ja, aber wir sind ja wirklich ein paar Minuten fertig. Also, an das Hotel hier, sorry, wir beeilen uns wirklich. Wirklich, ihr seid ganz liebe Menschen. Kennt ihr dieses Phänomen, wenn ihr fliegt, alles passt übel gut in den Koffer rein. Und wenn ihr zurückfliegt, passt nichts mehr rein. Obwohl wir gar nichts gekauft haben eigentlich. Du checkst nicht, wer war die denn? Hier war die bestimmt. Sicher, dass da jetzt nicht mehr... Was ist mit der Zahnbürste? Was ist mit der Zahnbürste? Oh, hab ich Zähn gepackt? Hab ich ja. Hast du? Hab ich, direkt heute Morgen früh. Das ist okay. Komm, geh deine Haare machen. Zack, zack. Wenn Wohle seit 10 Minuten versucht, den Koffer zuzukriegen und dann auffällt, dass das noch da rein muss. Ja, das darf jetzt nicht. Nein, ich tu das jetzt einfach hier rein. Ist noch ein bisschen lobt. Mann, das letzte Stück. Schatz, setz dich doch einfach kurz drauf. Das ist... Setz dich drauf, dann geht's. Es ist zu, aber es klemmt. Stark. So. Okay, also wir sitzen jetzt in der Lobby. Danke, dass das wieder dein Gesicht fokussiert. Wir haben jetzt auf jeden Fall alles erledigt soweit. Und haben jetzt hier gerade ein bisschen am Laptop noch gearbeitet. Ich habe den Vlog, den ihr jetzt schon gesehen habt, fertig gemacht. Ja, und jetzt ist eigentlich dieser Vlog auch schon vorbei, oder Baby? Dieser Vlog hier? Ja. Ist hier schon irgendwie... Ist schon vorbei, oder? Würde ich auch sagen, ne? Wenn euch gefallen hat, dann... Ja! Das war ich schlau, Bruder. Ja, tja. Wenn euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Bewerten und Kommentieren nicht vergessen. Schreibt gerne einen lieben Kommentar. Und wir sehen uns im nächsten Vlog. Wir haben euch ganz dolle Lieben. Bis dahin. Tschüss. 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 Saturday night now, Tschüss. Tschüss. Komm her. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.